So, alles klar. Hi Leute. Minecraft ist wieder am Start. Ich hätte mal so eine eigene kleine Adventure-Map gemacht. Das ist echt nichts Großes. Vielleicht schaffe ich es in einem Video, die komplett zu blöd spielen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange es braucht. Auf jeden Fall wollte ich es euch einfach mal zeigen. Und, ja. Viel Spaß. Ja, das war jetzt Glück. Da direkt der Hebel rauskam. Das kann nicht auch da rauskommen. Das aber auch. Das halt auch. So, dann machen wir den mal nicht komplett leer. Ich mache es anders, dann setze ich sie mal kurz wieder hier rein. Dann ist das gleich nicht so viel, dass ich ändern muss. Und dann können wir hier durchgehen. Gehen wir über diese wunderschöne Glasbrücke. Hier ist ein Gang. Und da ist ein Hebel. Den wir möglicherweise brauchen könnten. Sieht nützlich aus. Na ja. Gehen wir erst mal weiter. Das sieht schon sehr nach Labyrinth aus. Na ganz hervorragend. Ich habe mich so ein bisschen gewarnt, bis ich das spiele. Weil ich ja, ich habe es ja selber gebaut. Da braucht man einen Hebel. Da mag er keinen mehr. Nein. Ich bin außer dem Donald Duck. So lustig. Ähm. So. Jetzt müssen wir irgendwo noch einen Hebel finden. Ja ganz toll. Ganz großartig. Äh. W- Aha. Tadaa. Da war doch eigentlich. Oh nein. Ja, ich glaube schon. Da noch. Da noch. kann man den irgendwie wieder mitnehmen ja ha 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 den Hebel wieder eingesammelt das machen wir natürlich nicht ja das war jetzt sehr blöd von mir das war jetzt richtig super blöd von mir das war jetzt mal voll beschissen wie kann man denn so blöd sein scheiße ja das ist voll verkackt jetzt muss ich mal ganz kurz den spielmodus ändern so außer dem supermario textjobback so jetzt ändern wir den spielmodus wieder so und jetzt haben wir den Hebel jetzt aber nix viel weg hier das war eine sehr dumme Aktion von mir aber hier kann man eben drauf gucken auf den Tier quasi auch sich gut an schalava schalava das bedeutet ich muss wohl weiter aber wir haben doch diesen einen Haken da gesehen vielleicht muss ich den ja holen so wir haben noch mehr 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 ich kann sagen dass man hier die ganze Zeit im Kreis geht aber ich bin ein bisschen müde aha das hat doch geschafft na du scheiß Viech Sollte ich da drüber gehen oder sollte ich es überlassen? Ich habe echt kein... Ich weiß wohl, aber es ist... Aber... Ich weiß nicht, was da rausgekommen ist. Sollte ich nochmal drüber laufen? Naja, oder? Ist das vielleicht besser? Ich weiß nicht, was da rausgekommen ist. Ich weiß nicht, was da rausgekommen ist. Naja... Ich glaube aber, das mache ich eher im zweiten Teil. Bis wir jetzt knapp acht Minuten haben und ich glaube, es ist noch ein Stück bis zum... Warte mal... Ausgang... Ähm... Ja, das mache ich im zweiten Teil. Bis gleich.